164 Netherite-Blöcke, 5904 Ancient Debris sind beim ersten Versuch des Netherite Beacons innerhalb von 24 Stunden gescheitert. Es wurde zu anstrengend, Spieler sind eingeschlafen, wir hatten die falsche Strategie und die Motivation ist verflogen. Aber was die gesamte Zeit für mich schon feststammt, wir werden das Ganze so lang versuchen, bis wir es endlich hinbekommen werden. Ihr werdet heute den zweiten Versuch des Full Netherite Beacons innerhalb von einer Session ohne zu schlafen in 24 Stunden sehen. Ich bin so unfassbar stolz auf dieses Projekt und gleichzeitig auch dankbar, dass ich das Ganze mit euch teilen kann. Lasst unbedingt für so ein besonderes Video einen Like da. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wer weiß, vielleicht starten wir noch häufiger solche wirklich absolut besonderen Aktionen. Viel Spaß mit dem Video. Wir wollen es ein zweites Mal probieren. 5904 Ancient Debris Blöcke, 164 Netherite Blöcke, den Full Netherite Beacon 2.0 in einer Session, 24 Stunden, 10 Leute. Es ist komplett krank. Wir sind besser vorbereitet, wir haben einen Plan, wir haben eine Taktik und vollkommen... Ja, den Verstand verloren. Aber... Ja, das auch. Ich würde sagen, es beginnt in 3, 2, 3, 2, 1... Gooo! Oh mein Gott! Oh mein Gott, what the fuck, man! Holy shit, Craft Attack and Death beginnt! Oh mein Gott! Der Dorf gefunden! Dorf, Dorf, Dorf! Oh mein Gott, Dorf! Das ist so gelogen. Dream, dream! Aber warte, das ist jetzt das Dorf für Nicht-Nether, oder, Freunde? Das ist jetzt das Dorf, ja, Team Nether muss jetzt in andere Richtung gehen. Genau, wir starten mit 2... Also wir suchen uns erst mal 2 Dörfer. Wir bleiben erst mal hier und das Team Nether besteht aus Hugo, wichtiger, Veto und Veni. Ihr geht erst mal weiter, würde ich sagen, und sucht euch ein neues. Als allererstes an die Leute, die jetzt hierbleiben, alle Betten abbauen und alle Working Stations abbauen und erst mal alle Villager trappen. Das ist das Wichtigste. Ich check nicht, dass wir jetzt die nächsten 24 Stunden wieder oder beziehungsweise die nächsten Spaß haben werden. Genau das sollte ich sagen, Steffi. Ich frage mich so auf den Moment. Ich frage mich so auf den Moment, dass wir Aachen schon in den Sinn. Let's go! Aber ich sage euch ehrlich, dieses... Der Anfang ist mehr oder weniger das Entscheidendste. Wenn wir jetzt hier schneller sind, desto weniger Qual... Also diese Zeit am Anfang ist jetzt die entspannteste, aber wenn wir hier schneller sind, haben wir nach hinten raus so viel mehr. Also das ist jetzt wirklich wichtig. Wir müssen besser Zeit nutzen als beim letzten Mal, damit wir am Ende nicht so kaputt sind. Weil je kaputter wir sind, desto öfter sterben wir und unkonzentrierter sind wir und so. Also gerade die, die eh jetzt nicht so crazy gut sind im Vergleich. Äh... Äh... Jeder nimmt sich wirklich ein Bett direkt mit. Wir müssen echt es hinbekommen, alle schlafen zu gehen. Auch wenn wir zehn Leute sind, aber es wäre wirklich wichtig. Äh, ich mache bei uns schon mal einen Fletcher, oder wie die heißen. Mach ich schon mal ein, zwei. Schön! Ja, ich habe bei uns schon mal einen Fletcher, oder wie die heißen, oder wie die heißen, oder wie die heißen, oder wie die heißen, oder wie die heißen. Wichtig gemacht auch Hoteljahr ist genau richtig, denn die sind in dem zweiten Dorf. Wir haben das Ganze verteilt auf zwei Dörfer. Veni, Wichtiger, Veto und Hugo kümmern sich um Blaze-Rots, Ender-Perlen, damit wir eine Menge Ender-Chests haben, was einerseits eine neue Taktik-Änderung ist. Holen Nether-Warzen und eine Menge Magma-Cream, damit wir sehr viel Fire-Resistance haben. Und sobald das ready ist, helfen sie jetzt aber auch dann wieder Emeralds-Farmen, damit wir FI-5 Unbreaking, Mending haben für OP-Spitzhacken. Und sobald wir das alles haben. Ja, ein bisschen. Villager sind jetzt auf jeden Fall auch, die vermehren sich jetzt schon. Wir haben Brote, das Setup läuft, also wir sollten auf jeden Fall auch nicht fletschern können jetzt gleich. Also jetzt kann wirklich Holz gefarmt werden, das ist echt a good way to go. Also ich hoffe, dass man das Setup oder die ganze Taktik alles so weit versteht, was jetzt genau der Plan ist. Es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Erstmal viele Villager, viel fletschern und wir machen uns halt einfach alle OP-Spitzhacken. Ja, farmt auf jeden Fall mal fleißig weiter und so. Sobald der Toothman gleich mal steht, können wir gleich mal schon mal Spitzhacken dann kaufen. Und dann könnte man schon langsam anfangen, sich um Librarians zu kümmern. Also Heiko, ganz kurzer Call, was hast du? Du hast jetzt Armourer mit den unteren Diapieces. Noch nicht komplett, aber Hose und Schuhe gerade. Und Rest geht dann noch, die kosten 25 und 17. Die Produktion läuft aber schon wirklich in vollen Tour, muss man sagen. Ja, es läuft richtig gut, muss man sagen. Was haben wir letztes Mal gemacht, was dieses Mal unnötig war, was wir skippen? Irgendwas war da? Wir haben halt unsere Spitzhacken über Toosmiths geholt und so lange getradet, bis wir halt da gute Spitzhacken bekommen haben. Und zombifiziert und so, darauf verzichten wir jetzt. Ich hab das erste gefunden. Juhu! Nice, Fabo Base. GG, lass aufhören. Boah, Kevin, du gefailst mir aber heute. Du bist da, du bist voll am... Immer, Bro, immer. Digga, ich hab auch schon so beim Chat gesagt, also nochmal kurz fürs offizielle Twitch-Team. Das hab ich natürlich nicht gesagt. Aber ich baue hier so lange heute am Netherrack ab, Digga, bis ich sterbe. Oha, okay, chill. Ehrenmann, also in-Character natürlich. Also halt in Relief nicht so. Ne, Mann, weil das Ding ist, ich wär auf jeden Fall nochmal dabei, wenn wir's nochmal machen müssten. Aber ich will nicht nochmal dabei sein, wenn wir's nochmal machen müssen, you know? Habt ihr FI5 gesaved? Ja? Hast du? Also hast du einmal gekauft? Ja. Das ist sauvichtig. Das ist unfassbar gut, das ist game-changing für uns, weil das hätte richtig lange dauern können, rein theoretisch. Okay, saugut. Wir haben jetzt fast 18 Spitzsacken, also wir haben eigentlich jetzt schon genug gleich. Oh, 18 Stück. Also ich glaube, Spitzsacken sollen wir keine mehr holen, oder? Ja, eigentlich haben wir genug. Wir sollten genügend Spitzsacken haben. Soll ich dann noch Rüstung für die anderen machen oder einfach ein Emeralds jetzt so für Rest? Ich würde Emeralds auf jeden Fall jetzt hauptsächlich eigentlich nur noch für die Bücher jetzt erstmal priorisieren. Weil das ist erstmal wichtiger und dann soll jeder selbst gucken, wenn er Rüstung möchte. Dann muss er einfach selber kurz fletschern, finde ich, ehrlich gesagt. So nämlich. Okay, Freunde, es kommt jetzt die heiße Phase. Jetzt muss jeder nochmal ein bisschen mithelfen, Emeralds und so weiter, weil wir müssen jetzt den Überblick behalten, wie viele Spitzsacken wir jetzt machen und so. Aber ansonsten, wir sind jetzt sehr, sehr gut dabei, die ersten Leute jetzt gleich mal losschicken zu können. Sehr geil. Und immer an Essen denken, ne? Essen ist ganz wichtig. Goldene Karotten, ja. Wir sind enttäuscht, wenn ihr im Nether zahlt und dann so sagt, yo, wir müssen zurück und zurück. Gehen wir jetzt rein, oder was? Es kann jetzt bald losgehen, ja. Ja. Okay, okay. Wir haben, glaube ich, zehn Effizienzflücher. Okay, sehr gut. Ja, sollen wir dann, dann haben wir fast genug Spitzsacken, oder? Sollen wir da nicht kombinieren, jeder, der Level hat jetzt? Jeder, der Level hat, kann kombinieren. Fair Resistance, Potions and Ready. Also, das können die ersten Leute losziehen. Also, sobald wir jetzt, ähm, es ist jetzt entscheidend, was jetzt noch mit Enderchests ist. Wir brauchen Obsidian halt. Ja, Sonja, Vete und Mike gerade. Ich, meine Emirates ist für Essen einfach, Traden, glaube ich, wie es geht. Ich will Netherite fahren. Es ist verboten, wenn ich, also ich muss, also wenn ich kurz weg muss, einen anderen Stül zu lassen. Ja. Na klar. Es ist wirklich verboten. Warte, aber wen willst du jetzt an den PC lassen und spielen lassen? Ich weiß, keine Ahnung, muss ich noch gucken, aber ich muss halt kurz weg. Einfach so ein Kameramann da. Wasser ist kurz weg. Ja, so 15 Minuten. Ja, geh einfach. Ja, pass. Aber wir hatten im Vertrag stehen fünf Minuten. Du hättest die ganze Zeit weg sein können, wir hättest nicht gemerkt, Junge. Ja, ich will ja... Du bist jetzt in der letzten Dreiviertelstunde weg, Paul. Dann kannst du es auch noch mal fünf Minuten draufsetzen. Ganz ehrlich, die drei Netherrack, die du bis jetzt abgebaut hast, Schirmer. Junge, ich fahm grad Everace zum Arschloch. Alter. Ja, aber nicht, dass danach hier, ne? Mann, jetzt hau ab. Ja, du bekommst keiner anders ein, Geh. Ja, okay, okay. Let's geh. Hey, wie er lacht. Was ist jetzt los? Machen wir jeder zwei Pickaxe wieder, wie die letzten? Ja, zwei OP, würd ich sagen. Ich glaube, ich würde jetzt auch los, oder? Ja, ja, gib Vollgas. Ja, ey, Basti, kannst du dann wieder so geile Prezentions sagen pro Stunde dann später? Wir sind bei null Prozent. Yeah, null. Ne, wir sind nicht bei null Prozent. Nein, 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 Fabo hat schon eins. Okay, Leute, wir haben aktuell 0,0003,875 Prozent. Ja, aber alles rein. Top, warte. Also läuft. Fünf Prozent schaffen. Läuft mega clean, Digga. Und hier sind die FV5 und Silk Touch noch. Ja, hier oben ist die höchste Kiste. Guckt mal, was da drin ist. Das hat mir schon Team Netter gebracht. Da haben wir den Wither. Und da sind jetzt auch 21 Ender Chests drin. Da kann sich jeder von dann Ender Chests nehmen. Aber jetzt nicht zehn, sondern nehmt euch vielleicht zwei, drei mit. Und nehmt euch dann wirklich noch eine dritte Silk Touch-Spitzhacke. Oh, jawohl. Alter, let's go home. Yeah. Ja, Leute, wir gehen jetzt gleich auch runter. Es sind schon viele jetzt unten am Farm, was sehr gut ist. Aber ausrüstungsmäßig ging es jetzt wirklich wesentlich schneller, wesentlich besser, was sehr nice ist. Ey, also falls jetzt hier irgendjemand mal zurückkommen sollte zum Dorf, bitte, wenn ihr Fire Resistens rausnehmt oder halt Emeralds tradet oder Holz abbaut, pflanzt bitte nach für die anderen und auch immer wieder re-brewen für, ne, wenn die anderen auch mal wieder hier ran rollen. So, Basti, mach dich auf in den Nether. Komm. Wie viel von den Fire Resistens sollen jeder so mitnehmen? Was ist denn so geplant? So 12, 15 Stück. Nimm du dir 20. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, werd ich nicht brauchen. Wo seid ihr denn runtergegangen? Kevin. Ja, das ist ne Leiter. Ey, das ist ne Leiter. Das habt ihr ja, also, da habt ihr aber auch wirklich ein Setup eingefädelt, ne? Wenn ich jetzt gleich irgendwie, weiß ich nicht, 25 Stunden wach bin und dann hier lang klettere. Wer ist denn auch Richtung Osten gegangen? Oh. Weiß keiner. Ich glaub, keiner weiß, woher hin ist das. Ich bin, ich bin Osten. Okay. Na, ich geh jetzt einfach auch mal. So unter anderem. Ey, Fire Prod ist komplett OP. Jetzt einfach, also. Ja, man kriegt gar keinen damit, ne? Boah, Leute, es beginnt, ne? Das ist jetzt so krank eigentlich wieder, weil das werde ich jetzt einfach, das werden wir jetzt einfach so viele Stunden machen. So richtig bewusst ist mir das jetzt noch nicht. Ey, ich sag, wir sind unter 20 Stunden fertig. Ja, wär ich traurig. So unheimlich. Dann wär ich echt traurig, ey. Ey, habt ihr euch einfach quasi dann von oben mit der Leiter runtergelegt? Ja, und da geht dann. Ja, genau. Ey, ist höher auf 15 die richtige Höhe oder geht's hier noch irgendwo tiefer? 15. Ja, stell dir vor, du fahrst jetzt wirklich einfach 24 Stunden die ganze Zeit auf der falschen Höhe. Bro, imagine. Wengut der Gag. Let's go! Ey, Alter, läuft. Das dupliziere ich jetzt mit einem fuck. Äh, äh. Lisa, wir sind seit einer Stunde oder so. Du bist seit einer Stunde erst unten. Oh, ah. Ich hab hier Flashbangs. Traum hat das zum letzten Mal. Wie ist der Stand, der Müdigkeitsstand? Jetzt mal der erste Check um 17.27. So, vier? Oh Gott, oh Gott. Vier. Ja, so ist ja noch nicht so schlimm. Das kann schlimmer sein. Auf vier? Okay. Ja, aber ich hab auch noch kein Energy getrunken, ne? Ja, keine Ahnung. Stark, stark. Na dann. Ey, ich bin heute wirklich einer in Lava stoppt und wir haben, also wirklich, wenn jetzt jemand heute echt Ancient Debris in Massen verliert und das, obwohl wir Ender-Chats... Dafür habe ich kein Verständnis. Nein, also wenn wir heute Ender-Chats dabei haben, jeder hat 25 Final Resistance Trecke dabei. Also es kann eigentlich nicht sein. Wie viel Motser haben Sie denn? Wartest mehr Magma Kugelbaum? Challenge accepted. Die Tränke, die Kisten sind auch voll, Vini. Die kannst du nicht mitnehmen. Vini, ich mag deine Kommunikation so. Das ist so geil. Was meinst du? Du kommunizierst so clean irgendwie. Ich glaube, der macht sich über dich lustig gerade, Vini. War der Österreicher ist oder was? Heiko, what the fuck? Lass es ziemlich gefallen, WTF. Heiko. Ja, ja, ja. Okay, ich sage, ja, ist okay. Beim letzten Mal war er nicht so kreis. Farbenblinde Menschen sind immer so gemein. Ja, dicker. Okay, den finde ich auch viel. Boah, dicker. Richtig, so lass es nicht gefallen. Heiko, falls du den gemütet hast, er hat dich ganz fett beleidigt. Er hätte auch gesagt, dass du voll langsam farmst. Hugo, geh wieder afk, du jetzt. Oh, ich war nicht afk, ich war einfach dem gemütet. Okay, Hugo, aber niemand hat danach gefragt. Dicker. Oh mein Gott, ich schlieb hier gleich, Alter. Ich fühl mich wieder wie im 40-Stunden-Stream. Alter, krass. Nein, aber das ist echt. Also ich fühl, also ich hab jetzt nicht das Problem. Ich hab jetzt nicht das Problem, wie beim letzten Mal, dass ich keinen Bock mehr hab. Richtig, Tanne, ja? Du bist doch jetzt seit drei Stunden drin. Nee, Hugo hast du zwei. Du warst zwei Stunden nicht da. Oh mein Gott, Vini. Dinger. Vini, Vini. Ich war, ich war, no joke, ich war insgesamt vielleicht 30 Minuten weg. Du warst, du warst so nicht da. Nein, 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 warst du so ein Bullshit. Nein, okay, okay. Wir sind bei unter zwei Stunden mit dem Timer in den Nether gegangen und du bist erst vor 15 Minuten wieder zurückgekommen. Du laverst. Du drei laverst. Ja, 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 ja. Ah, ist Hugo wieder da? Oh mein Gott, Digga. Hey, Hugo, wann geht's denn ehrlich im Nether, Junge? In 20 Minuten oder wann? Oh mein Gott, weißt du was? Musst du kurz noch irgendwie Eisenarmung machen oder was machst du da? Deine Hunde ist nass. Wir machen jetzt extra, also ich investiere jetzt direkt in eine Netherite-Spitzhacke, weil mehr Durability ist, glaube ich, echt cool. Und es sieht cooler aus. Hey, es ist Hugo. Oh mein Gott, der Stau löst dich auf. Yeah. Nehmt ihr Gold die ganze Zeit mit? Ja. Gold mitnehmen? Ja, ich würde schon sagen, weil wir diesmal jetzt ja nicht auf Passion spielen werden. Deswegen glaube ich ganz cool. Also anstatt Quaps Gold. Nein, beides einfach. Beides. Aber Gold halt mitnehmen und craften. Wir haben 4%, 4,2%. Als ob, hä? Hä, das sind noch nicht mal vier Stunden. Du hast jetzt schon gerechnet, oh Gott. Es ist 18 Uhr. Ach so, ich dachte, nee, nee, wir gehen nicht nach Uhren. Wir gehen immer nach Stunden. Ich rechne jetzt nicht jede Stunde, ich kann mich jetzt nicht jede Stunde hinsetzen. Was erwartest du denn hier vom Chef? Jeder, jeder muss mal rechnen. Wenn Hugo rechnet, wird's am besten. Lecker, darauf freue ich mich. Ja, ja, dann haben wir eine richtige Quota. Ja. Mann, ich will mal so ein größerer Vorkommen finden. Das bockt gerade noch nicht so. Nur so. Was spielst du denn immer? So einsam so. Okay, ich finde meistens Zweier ist gerade so. Boah, ja, Zweier sei dir gegönnt, Bro. Sei dir gegönnt. Ey, du bist einfach so ein Korrekter, ne? Dass du mir das so gönnst. Ja, Mann. Wenn ihr jetzt eine Bat-Up geben müsstet, wer als erstes stirbt? Jetzt beim Farmen. Ich. Wer wär's? Latten-Sep. Du bist ja schon als erstes gestorben, eigentlich, ne? Haha, Favo, Digga. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Latten-Sep. Was für Sepp, Junge. Latten-Sep, Digga. Boah, ist schwer zu sagen. Ich hoffe halt ehrlich gesagt niemand. Ja, aber das wäre eigentlich so passiert. Aber irgendwer würde stimmen. Aber es werden auf jeden Fall weniger Leute sterben als letztes Mal. Einhundertprozentig. Und dadurch, wenn wir halt so viel Plus haben. Also wirklich, ich sag euch, ey, ich will nicht wieder das anfangen, aber seit dem Isa-Tod beim letzten Mal, das war halt echt... Ja, sag's ihr, sag's ihr. Ist die gerade muted? Ist die gerade hier? Ne, Isa macht ihre Haare gerade. Ja, sie soll's ruhig hören. Ich hoffe, wie ihr Stream hört. Ich sag die Prozente durch. Oh, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nein, warte doch immer bis echt volle Stunde. Übelst unzüglich verengen. Jetzt schon Prozent. Nein, nein, nein. Ich hab einen Timer, das ist voll anzüglich verengen. Ja, genau, Timer-Volle-Stunde. Ich hab's jetzt gemacht, das ist mir jetzt egal. Nein, nein, sag doch die Lösung noch nicht. Basti, wir kicken dich. Zehn Prozent. Was? Und ich zehn? Ja, 9,8. Wir sind seit zwei Stunden dabei. Ja, wir machen momentan stabile 5-Prozent-Schritte. Ey, ey, mit dem Pacing, mit dem Pacing schaffen wir es for real in ... Sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, so zu stilig. Sag's nicht. Mann, ich mach langsamer gleich for real. Und es war von Hugo nicht mehr da, wir waren zu 9. Wir schaffen es in 40 Stunden, muss ich mehr ändern. Oh mein Gott, Hugo. Nein, nein, Digga, okay, nee, mir reicht's jetzt. Wie, das stimmt, das ist dieselbe Challenge wie letztes Mal, ne? Wir machen's wieder zu 9, war cool. Oh mein Gott. Nein, okay, ganz, nein, nein. Einer schreibt, dann ist ja easy. Ja, das ist ja eigentlich zu einfach gerade. Ey, bei mir läuft's irgendwie echt gut heute. Also, ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab mehr Übersicht, so, also ... Du findest echt viel mehr im Vergleich zu Let's Mark? Ja, I don't know. Also, ich bin auch, glaub ich, ein bisschen, ich hab, glaub ich, Lucky 2 Stunden gerade. Aber, ähm, ich hab auch das Gefühl, ich komm schneller durch und bin nicht so oft so überstuck und so. Aber supergut. Du hast auch richtig gut 4 Holz gefahren und so. Ja, Bruder, Bock noch. Also, gerade an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden, würde ich wirklich sagen, es macht sehr viel Spaß. Aber es wird noch ein Part kommen, da würd's nicht mehr bocken, aber ist okay. Ja, man, Bro, jetzt halt nach 5 Stunden, das ist halt echt, also, das ist ja wirklich nichts. Das ist ja ein Schnipper. 5 Stunden. Ja, ja. Wir haben einfach schon so 11, 12 Prozent wahrscheinlich jetzt. Ja. Obwohl, ja, 11. Also, ich kann mich daran erinnern, dass das letzte Mal so 10 Prozent, das ... Das hat so lange gedauert. War ein bisschen noch, als wir so 10 Prozent immer so, also, als wir alle so tot waren, das sind so oft Leute gestorben. Also, wir haben uns gefreut, wenn wir so 2,7 Prozent geschafft haben in so einer schlechten Stunde, weil so vier Leute gestorben sind. Das war so krank. Kramt Isa eigentlich? Ja. Ja, das höchste von mir. Oh! 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 Ach ja, lustig. Hugo, mir wird langsam, also, wir kommen dann so drüber, als hättest du kein Bock hier zu sein. Doch! Ist echt so. Du hast 53, um wegzugehen. Du hast 53 Ancient Debris gefahren. Ich bin richtig sauer langsam, ne? Junge! 53! Ja, super peinlich. Das ist nicht meine Rüstung. Ja, was ist das für ein Geräusch? Ja, das ist ein Challenge. Das ist Challenge-geräusch. Wait! Was? Dein Magen. Hä? Warte ganz kurz, ich muss grad... Warte kurz. Ich bin gleich wieder da. Digga, das ist Bomben. Digga, das sind vielleicht die Aliens. Aber mit den Spitzhacken geht echt gut klar, ne? Übel ist, Digga. Dieses Mal ist super easy. Ich glaub, man hätte auch echt eine benutzen können. Ehrlich? Also ich wechsle fast nie. Ich wechsle die ganze Zeit. Ich benutze auch nur eine und es reicht komplett. Hey, hallo. Also ich wechsle manchmal so mäßig auf Joe. Warum? Warum? Man kriegt Punkte. Ich muss, Digga. Du hast doch null. Hey, wir könnt ihr auch Punkte geben. Wir geben dir Punkte einfach. Nein, 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 ich muss nicht. Ich mach da wirklich mit. Okay. Junge, ist das dein Ernst? Nein, nein, was? Nein. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Ich fahre doppelt so schnell. Okay, bitte. Na ja, dann weiß ich auf jeden Fall, wenn ich beim nächsten Event nicht mehr frage. Nein, nein, lass den doch gehen. Dann geh, komm, geh aber. Danke, danke. Geh aber, geh mit Gott. Danke, König, danke. Ey, bringt sowieso null Punkte mit nach Hause. Ist scheißegal. Mann, der isst in drei Stunden was, weil er vergisst, warum er überhaupt hier sitzt. Sticky, Digga. So gemein. Scheißegal, Alter. Ich muss sagen, gerade hab ich immer so eine Stunde, wo es nicht so gut läuft bei mir jetzt so. Ja, aber wenn mal eine schlechte Stunde dabei ist, kommt auch wieder schnell die Gute. Boah, deep. Das tätowier ich mir. Oha. Freunde, 16%. Boah, Alter. Ja, dann, keine Ahnung, Hugo soll wegblicken. 6,2% haben wir in der letzten Stunde gemacht. Boah, das ist strong. Ey, wenn wir jetzt wirklich die ganze Zeit 6% jede Stunde haben, dann sind wir wirklich um 10 Uhr morgens fertig, ne? Haben wir 6% geholt gerade? Ja. Geil, sind bei 16. Arbeit. Hugo, erste Runde verkackt, ist er jetzt raus aus dem Quiz. Das wär so krass. Boah, zwei Ancient Debrief vorkommen nebeneinander. Also nicht ganz ein Vierer, aber so ein Block diagonal getrennt. Traumhaft. Basti, du bist ein Baller. Ich hab gut aufgeholt, Leute, oder? Glaubt ihr, wenn Hugo die ganze Stunde da gewesen wäre, dass wir in einer Stunde 10% machen könnten? Ne, ne? Ne, also... Da müssen wir noch Hugo verboten. Da müsste der Hugo 4% machen alleine. Ich denke, es ist so... Wir haben 6% gemacht in der... Ich sag 7 könnten wir machen. Ich glaub, in der Stunde, wo Isa auch kurz ihr gechillt hat, kurz. Ja. Ich denke, 7,5 bis 8 ist machbar, wenn alle 10 eine gute Runde haben. Also wenn alle richtig reinladen, gehen auch safe 9 bis 10, aber... Wie läuft's? Ich würd' sagen gut, oder? Also gut ist die Antwort. Top. Ja. Also Hugo ist alle 3 Minuten für irgendeine Challenge weg, aber ansonsten läuft's ziemlich decent. Aber darf ich noch kurz was sagen? Ja. Nein. Du darfst dir derzeit was sagen, Isa. Okay, an alle, die mich geflamed haben, dass ich 5 Minuten weg war, ich bin jetzt sogar viel besser zurückgekommen als davor. Mindset. Genau so, Isa. Let's go. So, nicht anders. Ja, Mann. Ey, gleich ist wieder volle Stunde. Ja, Mann. Alter, das ist wieder... Wie schnell gehen denn die letzte Stunde rum? Holy Shit. Geht mal ganz kurz über... Drück mal, macht mal Slash Stats und haffert mal über alle Köpfe drüber. Und was fällt euch auf? Bei einem bestimmten Kopf. Oh, ich kann's doch schon denken. Ich hab noch nicht mal alle ange... Ich hab noch nicht mal alle ange... Aber er hat immer noch 50. 53 Ancient Debrief. Oh Gott. Setz ich ab 118. Wir sind eigentlich alle sehr, sehr gut dabei. Also alles, was jetzt über 100 ist, ist voll okay. Ja, ich hab grad... Aber wirklich... Ich fiel grad ein Basalt-Delta nach dem anderen, Digga. Das ist ganz übel gerade. Oh, Micky. Ich hab wieder gar nicht schon Veto wieder nicht gehört. Stell dir grad auf... Veto, bist du da? Veto? Ich bin da. Nein, nein, ganz kurz. Ich stell dir eine Vermutung auf. Ich glaube, ich würde das Veto am ehesten zutrauen, dass Veto jetzt die ganze Zeit einen Zuschauer farm lässt. Nein. Immer noch nicht. So ein Zuschauer farm lässt und so irgendwie so Troll-Video-mäßig und er ist immer nur... Wenn wir so sagen, Veto, bist du da? Dann muss er schnell ins Mikro irgendwie schnell reagieren. Ja, ja. Sind wir immer in 6... Nein, ich bin krass am Farm die ganze Zeit. Das würde nur jemand sagen, der nicht gerade krass am Farm ist. Was sie rechnet. Warte noch. Warte noch. Jetzt bitte erst. Freunde. 21,9 Prozent. Was? Jawoll! Viracactus. Na, für real? Wie viel Prozent sind das bloß? 22? Ja, also 5,9 Prozent wieder. Boah! 5,9 Prozent? Die ganze nicht da war. Zu neunt. Digga, ohne Hufe 5,9 Prozent. Ich bin so stolz auf euch. Mir ist schon ein fünftes! Auf euch! Lace, danke dir. Auf uns! Ein bisschen Power! Aber überlegt euch jetzt einfach mal ganz kurz, das, was wir jetzt gemacht haben, einfach nur noch mal, also nur noch vier Mal. Also das finde ich jetzt ehrlich nicht so was. Ja, man. Ich snappen. Alter, das ist ja ganz schnell. Wirklich ist wieder so ein Satz, der es wieder kaputt macht, finde ich. Ja, jetzt fang nicht an, wieder rumzuholen. Wir waren letztes Mal bei 20 Prozent. Sauber! Wo seht ihr euch in 20 Jahren? Werbungsgespräch. Ja, mega Netherite-Form. 4,2 Stunden. Super am Strand, Mann. Ey, so Klassentreffen mit DAG-Kruppe dann wieder. 27 Jahre. Immer noch irgendwo auslachen. Immer noch hier. In 50 Jahren. In 50 Jahren bin ich. 73. Ach du Scheiße. Digga, die Realisation. Das hat glinset. Ach du Scheiße. Guck mal, das Ding ist, ich hab jetzt noch nicht mal ein Energy fertig, ne? Ich weiß gar nicht, wie. Ey, ich versuche über irgendwas zu reden. Ich weiß nicht, das hält mich so aus. Ja Isa, du kämpfst jetzt schon zu krass. Ey, Mutcom, okay. Seid ihr schon mal, hatten wir schon mal einen krassen Mut eigentlich? Über was könnte man Thema Mut kommen? Ja, okay, Mutcom, Mutcom, ja. Gib mir noch was. Gib mir noch was. Wir haben einen Energy, der ist ja noch nicht mal leer hier. Ja. In 6 Minuten muss rechnen. Geilo. Yo. Da bin ich aber gespannt. Das verging richtig schnell jetzt die Stunde. Ja, ich muss aber sagen, bei mir war jetzt die Ausbeute so semi-Pock-Champ. Dafür war meine schlechteste Stunde durch. Ja, ich glaub, meine auch. Ich war oft in dem Ding. Der Netter ist leer, wir müssen weg. Ja, Mann. Ich hab wirklich das Gefühl, dass wir weniger finden gerade. Aber alle, weil wir irgendwie die Stunde leer gefarmt haben oder so. Nein. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich glaub, es war meine beste Stunde. Ich hab meine auch. Okay, geil, 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 geil. Das ist das, was ich hören will. Hugo schläft, ihr labert. Ihr labert. Nein, nein, nein. Wir haben es gerade drüber gesprochen. Also anscheinend schläft der im Quiz. Ist im Quiz eingepennt. Er macht nur einen Powernap. Alles gut für uns später. Ist nur zum Vorteil. Na ja, wenn du das gerade sagst, weiß ich jetzt nicht. Also wenn er wieder kommt, ist er top dabei. Ich hab immer Angst vor Sender, man. Ich hab immer Angst vor Sender, man. Ich hab immer Angst vor Sender, man. Ich hab die Zahl. Ich glaub, oh, sag. Wir waren davor bei 21,9%. Wir sind jetzt bei 29%. Was? Jawoll. Juge. Wir farmen richtig gut gerade. Alter B. Schneller, schneller, schneller. Ranbleiben. Wirklich zu 9, ne? Dieser eine Vollidiot macht die ganze Zeit den Quiz. Ich würd jetzt ne Pause. Und Hugo ist nicht mal da. Fuck Hugo. Nein, Mann, echt. For real, gute Arbeit, Leute. Sehr, sehr geil. Das motiviert gerade krass. Wir fahren mal wirklich einfach konsistent. Einfach richtig gut gerade. Übertrieben. Weitermachen. Dranbleiben. Hey Hugo, da ist das Kostüm. Ja, danke. Ich bin richtig gebrochen. Hugo, wir brauchen dich jetzt, ne? Ja, es tut mir leid, dass ich weg war. Aber ich bin dazwischen immer gekommen. Trative, danke dir. Na ja, ich bin auch ein paar mal gekommen. Also, Trades. Warte mal. Weißt du, welchen Prozent wir schon haben? Ja, wie viel? Über 30 Prozent. Ohne dich. Darf Hugo am Ende, wenn wir den Screenshot machen, vom Netheritepeaken, darf er dann mit drauf sein? Je nachdem. Wenn er jetzt da ist, ja, ansonsten nein. Ihr werdet es sehen. Wenn es vorbei ist, ich bin nicht der Letzte. Mal gucken, ob Hugo über 30 Prozent den Netherite erreicht. Ja, wir sind so fertig, wir haben den Netheritepeaken ja noch weiter für die Statistiken. So, aber dann. Nein, 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 nein. Wenn wir genug haben, ich bin nicht der Letzte. Ich werde durchziehen die Nacht. Ja, wir auch übrigens, ne? Ja, jeder ist so ein bisschen hier, oder? Ja, weil ihr verliert so ein Prozent. Oh, Lord. Digga, ich finde gerade gar nichts mehr, Alter. Ich bin so gestört viel grad. Ja? Das ist nur, weil ich kein Obst esse, Mann. Ja, Mann, vielleicht sollte ich auch aufhören. Heiko? Ja? Nix. Oh mein Gott, ich bin enttäuscht von dir. Oh mein Gott, Heiko, ich würde oft lang gehen. Ich bin enttäuscht von dir einfach. Warum? Ich hab nicht gedacht, dass du sowas machst. Passt nicht so. Ich dachte, du hast dich geändert so. Menschen ändern sich. Ach so, ja, ne, ja. Mach er. Also ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wir haben die 2000 Ancient Debris-Marke durchbrochen, würde ich mal ganz kurz sagen. Was? Big! Und? Feierabend! Wir stehen... Ich mach hier gar nichts mehr. Wir stehen bei 36,7 Prozent. Boah! Ey, Big. Was? Decker. Mir geht zu schnell. Mir geht gar zu schnell. 7,6 Prozent. 7,6 oder 7,7 Prozent. Nur so zur Erklärung, der Timer würde jetzt einen großen Sprung machen, weil wir hatten ein paar Lags im Timer, deswegen kommen jetzt 38 Minuten oben drauf. Aber trotzdem 36 Prozent nach nicht mal 10 Stunden ist richtig gut. Ey, aber wisst ihr, was das für ein krasser Grind beim letzten Mal war, so von 20 auf so 35 Prozent zu gehen? Ich glaube, da hatten wir die ersten Brüche hatten wir da, glaube ich. War nicht sogar da zwischendrin, als wir es verloren haben? Ich glaube, ja. Doch, das war bei 30, oder? Da waren wir über 30 und danach wieder unter. Oh mein Gott, ja! Oh, das war das Schlimmste. I'm not GG, danke dir. Wo Isa die 200 Ancient Debris verloren hat und wir dann... Oh, wir haben so fünf Prozent verloren oder so. Ja. Boah, das war so schlimm, Digga. Das war so der mentale Bruch, Mann. Wann meine Beine... Leute, wir haben gerade erst gezählt. Ja, weil du so flüstern musst. Ja, weil du so flüstern musst. Wie willst du das machen? Wir haben gezählt vor zehn Minuten. Ja, weil Mitternacht... Aber wir wollten einen Null-Uhr-Counter machen. Ja, das haben wir versprochen. Findet ihr gerade viel oder wenig? Weil ich finde gefühlt gerade gar nichts mehr. Ah, gerade ist es wieder so mittelmäßig. 38,1 Prozent. Boah, boah. Aber das war nicht unser Ziel, oder? Wir wollten ja über 40. Nicht schlimm. Aber, äh... Wir schaffen ja noch bis bei 10... Achso, bis zu 0 Uhr, meinst du? Ja, ja, das war ja das Goal. Ja, aber trotzdem sind wir sehr nah. Also wir haben uns sonst manchmal Goals gesetzt, die halt... Also... Aber das ist schon strong, ist schon strong. Ey, das läuft übelst geil. Ja, also so strong ist halt for real in 24 Stunden. Also... Es ist richtig motivierend, dass wir so ein gutes Pacing haben. Also wirklich, weil... Wir sterben halt so viel weniger, Digga. Das ist so geil. Gar nicht. Und das Ding ist halt, so 10 Prozent wirken nicht unmöglich. So 10 Prozent sind halt einfach so ein Schnipper. Das ist echt nice. Ja, weil viele voll in Panik geraten würden. Weil die denken würden, oh nein, jetzt ist es aus mit uns Apokalypse, eh. Digga, Hugo, nicht dein Ernst. Oh Gott. Nein. Nein. Oh nein, Alter. Ich bin einfach nur nach Hause gegangen, was wollen wir. Oh, oh, oh. Alter. Oh mein Gott. Ach so, okay, okay. Erstmal on Purpose, on Purpose war das nix. Boah, was so on Purpose? Was ist das? Ein gutes Album. Digga, ihr lacht, Kind, aber Album nicht. Digga, hä? Die Welt alt brinnt. Die Welt alt. Die Welt alt. Ich würde jetzt, dass wir ganz kurz euren Talk da unterbrechen, denn wir haben die Elf-Stunden-Marke und wir rechnen den Stand nach elf Stunden durch. Ey, ihr Süßen. Wir sind bei 44,1 Prozent. Wie viel? Wie viel ist das? Wir haben abgebaut. Wir haben abgebaut. Ne, 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 das war nur eine halbe Stunde, oder? Ne, das war eine Stunde. Eine Stunde. Aber wir haben auch viel gelacht, ne? Aber war doch gut. Warte mal ganz kurz, wie davor war man bei 36 Prozent. Nein, 38. Ja, aber trotzdem 6 Prozent. 6 Prozent ist voll gut. 6 Prozent ist voll gut, hä? Ja, okay. Deswegen jetzt Fresse halten. Ja, ganz kurz. Weniger Spaß. Nein, nein, ganz kurz. Nach zwölf Stunden werden wir die Hälfte haben. Und da ist doch die Aufbaufase mit drin. Das heißt, wir sind vor 24 fertig. Ja, aber wir werden ja immer langsam. Das wär geil, weil dann krieg ich 100 Subs. Ich will nicht. Von wem kriegst du denn 100 Subs? Ne, dann lass langsam auch machen. Digga, ey, zeig mir, dass du sein Maul hältst, dass du früher aufhörst. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich mal die Hälfte haben werden, dann ist es auch nochmal so ein Punkt in der Challenge, die halt einfach... Boah, Digga, 50 Prozent wird reinhauen, Alter. Da geht's nochmal ab. Also ich weiß nicht, bei 50 Prozent waren wir viel mehr am Arsch, ne? Also auch vom Status. So, jetzt ist es halt so halb zwei, es ist voll entspannt noch. Ja, was auch nochmal ein richtig krasser Bruch wird, muss ich ganz klar sagen bei mir. Also was auch beim letzten Mal richtig motivativmäßig gefickt hat, war immer die Tode. Da muss ich sagen, da geht's ja heute auf jeden Fall besser. Ja. Und was aber nochmal richtig reinhauen wird gleich, wird bei mir sein, wenn mein Essen leer ist. Ich hab noch 19 goldene Karotten, Dinger. Langsam wird's wirklich ein übles Ding. Dann geh ein neues holen. Bro, du hast auch grad Video geguckt, ne? Vito's Cam, Vito's Cam, Bro. Vito ist so am Ende. Mann. Du, es ist halt... Was ist los? Es ist halt nachts, es ist halb zwei, ich hab halt Licht aus, weil das unangenehm ist. Es ist halb nachts. Es ist halb... Ich hab halt zwei gesagt. Schau mal, Sticky, du hast keine Cam. Du hast bestimmt auch keine Licht an in deinen Zimmern, oder? Bei mir schallert es so hell. Aber warum noch? Du hast nicht meine Facecam. Weil du nicht müde werden sollst. Ey, no joke, no joke, es sieht aus wie immer bei mir, ne? Weil meine Rollos sind immer unten, ich hab keine Ahnung, es könnte auch grad 15 Uhr sein, Bro. Ich hab keine Ahnung. Ich hab lange bei dir nicht reingeguckt. Bei mir ist es genauso hell wie immer. No joke, es sieht genauso aus wie am Anfang des Streams. Das ist krank. Hugo, was machst du eigentlich? Ja, bei mir ist grad... Nein. Oh nein, oh nein. Nein, er pennt. Nein, 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 nein. Er läuft halt im Nether an der Decke rum und bort Quarz ab, ich weiß nicht. Mann, Digga... Nein, ich geh weg vom Spawn. Was machst du da? Ich geh weg vom Spawn. Gib nicht auf. Oh nein! Wie ist so ein Müdigkeitslevel grade bei euch? Nee. Eins aus zehn. Ich wusste eigentlich, ich bin grad ein bisschen müde. Ja, so vier, fünf... Ich glaub... I don't know. Ich glaub... I don't know. I don't know, man. Ja, hallo? Ja. Kannst du mir mal alles nachsprechen? Außer wenn ich kaufe, sagst du K, okay? Okay. Ich kaufe Tomate. Ich K... Tomate? Ich kaufe Salz. Ich K-Salz. Richtig. Ich kaufe Lollipop. Äh... Ich K-Lollipop? Richtig. Ich kaufe Mehl. Was? Ich kaufe Mehl. Was? Ich kaufe Mehl. Mehl? Ja. Ich kaufe... Ja. Nein, du musst K sagen. Ich. Ah, ich K-Mehl. Ah, K-Mehl. Ah, K-Mehl. Steht bei 49,2 Prozent. Oh, aber gut. Oh, nein. Scheiße. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Lass Videos spannender machen. Wenn wir jetzt so weiter machen, dann schaffen wir es nicht. Wir müssen noch mal einen Zahn zulegen, Leute. Wirklich? Wirklich? Ihr Jinx so krank. Oh mein Gott. Ihr könnt aber helfen. Für jeden Like müssen wir einen Ancient Debris weniger abbauen. Oh ja, bitte. Hugo, pennst du fast? Hugo. Hugo. Wie? Nein, nein. Ich fahm. Wie? Nein, nein. Ich fahm. Ich fahm. Du Pender. Ich hab deinen Scheiß-Stream auf dem Vasko mit dem Rücken zu. Digga, Alter. Drei Uhr. Drei Uhr und Hugo pennt. Bro, Hugo. Bei mir ist ne andere Sache, ne? Ich kann nicht fressen. Achso. Ey, Hugo, das kann es nicht zu deinem Ernsten. Digga, ich hab meine Schuhe gebunden. Halt die Schnauze. Du musst halt wirklich mal dich ranhalten, ne? Ja, ja, ja. Alter, du bist schon wieder so am Lachen und gleich sagst du wieder, ja, ich bin am Lachen. Das ist doch scheiße. So, und das ist halt das Ding und das ist jetzt die wahre Realität. Und am Ende sagst du dann einmal so, ja, hä, ich würde noch weitermachen. Ich würde noch weitermachen. Und dann ist das so, krass, Hugo hätte noch weitergemacht. So, aber eigentlich so zwischendurch hast du schon, weiß ich nicht, sechsmal aufgegeben. Nein, nein, nein. Bleibe gerechnet. Zitter schon. Die war richtig gut, die Schnauze, glaube ich. Ich glaube auch. Also ich hoffe auch 55 plus. Wenn wir jetzt halt anfangen so auf 53, 54, also nur so 4 oder 3% Runde jetzt zu machen, dann ist jetzt echt ein Problem. Da dampft die Kacke. Weil dann, das darf frühestens, ne, ist das gar nicht generell nicht passieren. Aber das darf nicht. 4% ist Minimum. Jetzt auch so, aber wir brauchen halt noch, jetzt gerade wenn jetzt die 60er beginnen und so, da dürfen wir jetzt nicht nachlassen. Wirklich große Fünfer-Schritte. Ja, es scheppert richtig rein, Leute. Es wird richtig reinschreppern. In Positiven? Ich glaube ja. Nein. Oh mein Gott. Jawoll. Nach 13 Stunden sind wir jetzt bei 55,2. Oh, was? Alter. Okay, sehr, sehr geil. Ein 6%iger nehmen wir, oder? Sechs Prozent in der Stunde ist wirklich super, Jungs. Solid, solid, solid. Kurzes Update mal fürs Video, Jungs. Wie ist der Müdigkeitsstand und Gemütslage? Ich muss sagen, bei mir dieses Mal tatsächlich ein bisschen schlechter als letztes Mal. Okay. Also ich bin schon so ein bisschen, so ein bisschen down. Aber es geht noch und ich glaube, in einer halben Stunde bin ich wieder am Start. Kevin, weißt du, was du nicht vergessen darfst? Was? Beim letzten Mal warst du um 3 Uhr drei Stunden weniger lange wach. Oh, wir haben angefangen. Wie kompliziert. Beim letzten Mal war jetzt theoretisch vielleicht 7 Uhr oder sowas schon. Ja, ja. Also ohne Scheiße. Jetzt haben wir es seit 3 Uhr morgens. Digga, Digga, Sticky hat recht. Wir sind ja auch früher fertig. Ja, Mann. Nach hinten raus geht sich so lange. Wir sind mittagsrum einfach fertig, Kevin. Ja, Bruder. Da geht's mir 1 a. Eben, und dafür geht's mir auch wunderbar. So 3 Uhr, das ist voll. Ja, das ist guter Call. Ich muss auch sagen, aber so ähnlich wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, warum das so krank ist bei mir, aber so ein Nächte durchmachen ist irgendwie einfach kein Ding. So, das ist... Ne, ist voll normal geworden, leider. Das ist so traurig eigentlich. Es ist ein bisschen krank, aber ich würde sagen, Müdigkeit gerade 1 aus 10. Ja, irgendwann gewöhnt man sich dran, ne? Ey, wie geht's im Restaurant? Wie geht's dir, Isa? Junge, wie geht's denn oder denn? Oh, das hat sich nicht geladen. Auf diese Locken! Gehen! Ganz locker! Hugo, wir machen in 26 Minuten die nächste Zählung, okay? Für jedes Ancient Debride, das du jetzt farmst, kriegst du eins ab. Du Lava Scheiße! Ja? Brim! Ja. Okay? Hä? Mann, Digga, das ist so traurig, dass du nur das so irgendwas machst. Heido denkt, du Scheiße, Digga, warum geb ich mir Mühe? Warum wird er belohnt? Digga! Was ist das für euch für eine Stunde gewesen? Auch eine gute. Geht! Seitdem du es hast bekommen, ist gut. Mann! Seitdem ist er einfach wach, Digga, das ist so simpel. Ne, ich finde nicht mal nur was, sondern seitdem ist er motiviert und das macht mich noch mehr sauer, weißt du? Stell mal vor seine Eltern hätten das in der Schule rausgefunden, dann hätte er jetzt einen Schulabschluss. Und wer reich? Oh! So, es wird gezählt. Wird gerechnet? Ja. Hugo, wie kannst du das? Sonst hättest du dich angenommen. Oh, du hast 30 gemacht, dankeschön. Sag, wir haben 60,1. Wir haben 61 Prozent. Oh! Das ist gut, Digga. Wie geil! Weil Hugo mal mitgemacht hat. Wie geil ist das denn? Ich wünsche einen Solo-Applaus für Hugo. Krass, dass du mal mitgemacht hast. Beste Mann, Digga. Die erste Stunde, wo Hugo dabei war. Digga, Hugo jetzt auch endlich im Never. 5,8 Prozent Runde. 5,8 Prozent Runde. War sehr, sehr gut. Weiterhin, weiterhin das 6 Prozent Pacing halten. So, passt auf, erste Rechnung kommt. Also die nächste Rechnung. Uff, uff, let's go. Es sind 66,6. 66,6 Prozent. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Zwei Drittel nach 5, 10 Stunden. Pass mal auf, jetzt die Reaktion, wie ich sterbe. Taktischer Reset. Taktischer Reset. Okay, wie mach ich denn? Boah. Ne, was ist der? Oh, nein. Bitte sagen wir mit Absicht. Bitte sagen wir mit Absicht passen. Ja, klar. Gucken wir sich an. Warten, dass wir wieder gehen. Fürs Video. Aber Basti, wir sehen uns gleich wahrscheinlich. Ich hab auch kein Essen mehr. Gerade ist meine letzte Karate kaputt gegangen. Ja, ich muss jetzt einmal, einmal den taktischen. Ich hab auch gesagt, ich muss auch gleich den taktischen machen. Meine, es hat meine Diamond Rüstung, wenn wir zerfetzt irgendwie. Ja, same hier auch. Weil ich so oft in Lava reingsteppe, irgendwie so ein Verrückter. Ganz kurz, bei mir ist jetzt, ich hab ja die ganze Zeit jetzt Netherrack in Rot normal gesehen. Und ich bin jetzt hier und baue gerade jetzt normale Spruce ab. Die ist einfach für mich, ich seh die halt einfach in Blau. Also für mich sind die Baumstimme Blau, weil ich so lange in Rot gesehen habe. Bro, the fuck. Wir sind jetzt nach 16 Stunden bei 71,4 Prozent. Das ist stark. Bei wie viel? Bei wie viel? 71,4 ist voll stark, hä? Ist gut, hä? Das ist ein bisschen weniger als 5 Prozent jetzt. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich bin wieder da, ich bin nicht mehr der Letzte. Ja, weil ichs bin. Ja, weil ichs bin sicher. Nein, ich bin nicht der Letzte. Jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Du bist das Letzte. Boah. Hey, noch hast du den. Mit Grammatik gefickt, Digga. Schlafen geschickt, Bruder. Feierabend, mach mal aus der Tür. Ey, ganz kurz, eine Sache. Eine Sache. Wir sind ein Team und es gibt keinen Letzten, sondern wir werden versuchen einfach gemeinsam. Außer Hugo ist der Letzte. Dann gibts auf jeden Fall den Letzten. Ey, Hugo. Scheiße. Ja, dachtest du, ne? Du dachtest, ja. Ich sag vier Prozent. Vier Prozent. Vier Prozent. Die Runde ist der Wild. Ein bisschen weniger auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Wenig auf jeden Fall. Das wird mit Absolut unsere schlechteste Runde sein. Äh, wo, wo, wo ist das total im Messer? Dicke, okay, die Runde kannst du vergessen, Dicke. Ja, oh, was, Dicke. Okay, wow. Nein, sag mal, Dicke, ich hab doch noch gefragt. Alles immer 75, das wär geil, ne? Boah, Junge, come on, come on, come on. 76,9 Prozent. Was? Oh mein Gott, Alter. Das kann nicht stimmen, das kann nicht stimmen. Holy shit. Das ist ein Träumchen. Ich sag, bei mir lief gut, ich hab verheimlicht die ganze Zeit. Wir sind bald bei den 80. Alter, ich freu mich auch zu sagen, dass ich ab jetzt für euch fahren werde. Let's go! Hast du deinen Anteil für dich selber fertig? Ja. Boah. Junge Heiko. Ich würde jetzt auch... Ich fahr ab jetzt für euch. Da müsst ihr euch einfach mal vorstellen, 5904 Ancient Debris sind 92 Stacks von diesen Blöcken. 92 Stacks. Wir werden fast zwei Doppelkisten damit voll haben. Das ist so dumm. Ja. Wir sind einfach ballern, was soll man sagen. Es ist wirklich das Frohste, was wir je gemacht haben. Müdigkeit ist 1 bis 10, würde ich sagen, 102. Das Witzige ist, wir haben es zweimal gemacht. Ja, ich würde auch sagen, die Nacht haben wir überstanden, Freunde. Die Nacht ist durch. Ja, es ist der Morgen. Juhu. Geil, geil, geil. Ich bin bereit. Basti die HG. Ich habe gerade einen Vierer gefunden. Fünfer. Nein. Fünfer. Ernsthaft? Screenshots, Screenshots, Screenshots. Wie nah beieinander? Also direkt connected über zwei Chunks. 18 Stunden Rechnung. Wir sind bei 4.800 und 2 Ancient Debris. Das sind in Prozent umgerechnet. 81,3 Prozent. Nehmen wir, nehmen wir. 81,3. Über 80 ist wirklich krass. So viel hatten wir beim letzten Mal nicht. Das ist schon mal mehr als im ersten Trial. Big, big. Das ist fucking go. Boah, duschen ist so OP, ne? Hugo, aufmachen. Kann ich auch duschen gehen? A-Craft, danke dir. Wenn es was hilft, mach. Also ich wäre halt dann drei Stunden wieder da. Oh, ne, dann mach nicht. Ne, wir kranken jetzt einfach noch drei Stunden, dann sind wir eh fertig. Ja, man! Fa-Bo! Fa-Bo! Ja! Fa-Bo! Ich bin so gespannt, wie viel wir jetzt gleich haben werden. Wenn da 20 Stunden steht. Habt ihr jetzt nicht zu falsche Erwartungen, ne? Ne, ne, 90 ist eigentlich nicht drin, ne? Ich sage euch ehrlich, wird auch... Neunzig werden wir so easy slappen. Ja, boah, neunzig werden wir so easy slappen. Ja, boah, neunzig werden wir so... Geil für Mantel, Mann! Ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, aber das war Crossaround von mir. Ey, bei mir war es okay, würde ich sagen. Bei mir war es wirklich okay. Aber Manpower ist halt geringer. Das darf man halt echt nicht vergessen. Ja, Manpower war Arsch. Ja, aber inwiefern ist Manpower gelinger so? Ja, wir haben... Die anderen Stunden war halt Hugo auch nicht der große Supply. Hugo war... Ja, fair, fair. Dieser war mal ne Stunde gut und mal ne Stunde schlafen. Ey, ich habe nicht ne Stunde geschlafen, entspann nicht. Nein, 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 aber ich meine so in einer Stunde, wo wir halt immer gemessen haben, hast du mal ein bisschen mehr geschlafen, mal ein bisschen weniger. Bilanz nach 20 Stunden. 90,3! Boah! 90,3% nach 20 Stunden. Alter, boah! Leute, das sind 9,7% fehlen noch. 9,7%! Ey! Seid ihr dann eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn es dann wieder vorbei ist? Ja... Du bist mir sicher, dass du was Neues anfällst. 24 Stunden Force Battle waren? Nein! Ich finde, das wäre echt geil. Nein, aber das wäre ein anderer Vibe, glaube ich. Der wäre nicht so geil wie der hier. Okay, dann bist du nicht eingeladen. Das ist ein Force Battle. Bis später, Hugo. Ciao, Hugo. Ey, Hugo, mein Bester! Wirklich nicht. Leute, ein kräftiger Applaus für Hugo, der mal wieder gehen muss. Hugo, bist du weg? Und was ist los? Ja, ich gehe jetzt Sport machen. Und kommst du dann gar nicht mehr wieder, weil wir dann wirklich schon vorbei sind? Ich mache, ich mache, ich rush die Scheiße durch. Ihr müsst euch mal vorstellen, beim letzten Mal. 21 Stunden. Wir wären jetzt so bei 53% und haben so Fortschritte von 2,8% und freuen uns. Ey, Junge, ey. Letztes Mal war das so demotivierend. Und das ist ja jetzt so der Spot, wo Heiko so sagt, Ey Leute, ich würde langsam schlafen gehen. Das war nach 26 Stunden. Ne, nach 15. Ich gehe offline. Ich mache es nicht mehr bis zum Ende. Ich bin raus. Tschüss. Tschaui. Tschau. Leute, Papa, platter einfach auf. Was sagt ihr dazu? Tromaloll. Ich bleibe drauf. Oh mein Gott, damit hat niemand gerechnet. What the fuck? Okay. Ne. Ich sage es euch, ja. Wir hatten davor 90,3. Wir haben 94,6. Ey. Ist okay. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Der 94,5 Call. Das machen wir fertig jetzt. Ja. Mega big. Eine letzte Stunde. Oh. Full speed. Full speediert. Let's go. 5,4 Prozent. Jeder gibt jetzt alles. Und dann gehen wir gemeinsam. Richtig. Nach 22 Stunden gehen wir alle in Suicide und treffen uns im Dorf und werden diesen Beacon aufbauen. Wir werden smelten, wir werden nacken und wir werden das ganze Ding jetzt endlich hinstellen. Oh mein Gott. Ich fasse nicht. Triple. Triple zum Beginn. Let's go. Schöner, guter Start. Isar, dein Einsatz. Isar, dein Einsatz. Dein Triple Einsatz. Oh, Baby, ihr trippelt. Jawoll. Oh mein Gott. Favo, jetzt dein Einsatz. Mach Hugo da. Ich hab auch ein Double, auch ein Double, auch ein Double. Ich hätte Single. Alles jetzt immer callen. Alles muss gecallt werden. Zum Motivation. Egal was ihr habt. Single, Double, Triple. Alles callen. Triple, Triple, Triple. Ohhhhhhhhhh. Zweier, Zweier. Sehr gut Kevin. Wie lange wird's schmelzend dauern? I don't know. Nicht so lange. Das ist noch was anderes. Da können wir einfach auch chillen, Alter. Das wird dann alles egal. Ja, genießen. Bisschen Lob erwerben, oder? Doppel, 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 Doppel. Ey aber ganz kurz. Wenn wir jetzt noch etwas haben. Digga, Hugo schläft einfach auf diesem komischen Ding. Was ist mit dem, Alter? Junge, er pelt auf dem Tisch. Digga, der pelt da echt. Der Normalste. 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 Wir haben's schon. Wir haben's schon. Wichtig. Soll ich jetzt schon zusammen rechnen? Ja, bitte. Nein. Nein. Why did you say no? Doch, doch. Nein. Nein. Natürlich. Nein, nein. Wir haben's schon, sag ich. Soll ich rechnen? Ich glaub nicht. Rechnen, rechnen. Wir haben's. Rechne. Mh, 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 mh. Na. Nee. Na. Ich ziehe noch von 100 runter jetzt. Mit jedem, was wir finden. Ich ziehe da. Ja, ja, ja. Lass gemeinsam runterzählen. 97 ist jetzt. Okay, wartet. 96. 95. Wir brauchen doch mehr. Nein, das reicht. Das ist schon mehr. Das werden wir halt niemals hinbekommen mit dem runterzählen. Nein, wir hätten einfach nicht zählen können. Ich hab mal einen Triple. Wie viel ist das dann? Ja, aber von was? Boah. 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 Ey, wir machen die letzten 100, Digga. Soll ich auch noch farm? Einfach mit. Nee, nee. Wolltest du nicht mehr farm? Nee, Digga chill. Ruh dich aus. Das verdienen. Wirklich. Ich bin im Dorf. Deswegen, ja. Bau einen Stack Öfen und mach überall Kohle oder sowas rein. Das brennt. Wir müssen alles schmelzen dann. Dann will ich ein Spiel spielen. Nein. Nein. Boah. Oh, 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 oh. Feuer. Wow, 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 wow. Wowi, wowi. Hier kam noch mal ein Double rein. Oh. 50. Ancient Debris entfernt vom Ziel. 50 noch. Come on. Ey, lass es uns finischen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ey Dings, zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Oh mein Gott. 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 Gebt keinen Milcheimer. Du musst alles für dich usen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die gleiche. Attacke. Drauf. Drauf. Ja, der kriegt alles zu spüren. Digga. Auf geht's. Ich glaub ich hab noch nicht einmal getroffen. Ich spring immer vorbei an den Knie. Let's goooo. Let's gooo. Let's goooo. Und jetzt weiter, weiter, weiter. Schnell, schnell zum Ofen. Zurück, zurück, zurück. Schnell zu den Öfen. Ach. Oh mein Gott. Ihr Vollidiot. Das passiert, wenn man auf dem Bau arbeitet. Ich glaube, das wird jetzt ein sehr, sehr emotionaler Moment. Wir haben jetzt 23 Stunden auf diesem Server hier gechillt. Wenn wir darüber nachdenken, wie viel Zeit wir in der ersten Session investiert haben. Wir haben 5904 Ancient Debris gemeinsam gefarmt, 164 Netherite-Blöcke. Und das Wichtigste, in unter 24 Stunden innerhalb von einer Session, ohne zu schlafen, bis auf ein paar Ausnahmen von Power-Naps bei manchen Personen. Ich würde sagen, lasst uns belohnen und uns diesen finalen Netherite-Blöcken jetzt hier endlich aufbauen. Ich teile mit euch gerne die Blöcke einmal auf, auf neun Leute. Man, nehmt doch noch nicht direkt raus, Mann. Das hast du nicht gesagt. Legt mal alles wieder rein, bitte. Legt mal bitte alle Blöcke rein. Alle Blöcke nochmal rein. Alle oben in die Kiste, bitte. Okay. So, jeder kann sich einmal einen 18er-Stack rausnehmen und dann fangen wir an, jetzt die 9x9-Base zu bauen aus kompletten Netherite-Blöcken. Ich setze den ersten, hab gesetzt. Aber fang doch mit 9x9 ein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ist der Zweig, holy shit! Ist das fesslich! Mann, das ist nicht die Ecke, wie ich in der Kolschuhe habe. Ey, weh zu deinen Blöcke, ich bin doch nicht versprochen. Hier, oder? Oh nein! Oh nein, Leute! Hallo! Ey, nicht nach oben! Alter! Ey, ist das falsch? Ja! Ich dachte, wir haben zu viel. Ist das hässlich, Digga. Die Blöcke dauern ultra lange abzubauen. Oh nein! Nein, Meto! Geh weg! Aber das ist doch nicht so. Ey, Mann, Leute! Äh? Nein, das ist dumm. Gefühlt ist das der schwerste Part, Digga. Ist du doof? Das Ding steht nicht in der Mitte, oder? Oh, das ist falsch. Doch, doch. Nein, das steht absolut nicht in der Mitte. Äh, das steht in der Mitte, ey. Ja, was ist das? Wie ihr Skala macht nicht? Ihr geht ja voll nach links. Ihr geht ja über den Rahmen hinaus. Nein, 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 nein. Hä? Das ist doch alles richtig. Die Kisten hier sind nicht symmetrisch. Die Kisten hier sind nicht symmetrisch. Nein, 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 nein. Das sah gerade so aus, als würdet ihr hier so weiterhin bauen wollen. Warte, ich baue so, so. Bitte keinen Dirty platzieren, ich sage. Boom, boom und boom, boom. Ich will hier rumlaufen. Mach schon mal die richtige Musik bereit. So, haben wir keine mehr, oder? Die Blöcke reichen zu 100%. Die reichen zu 100%. Mann, platziert jetzt, Digga, ihr Sch... Mann, jetzt platziert, Mann, Digga, ey. Ey, das dauert länger als Hugo vorhin, weil die... Wir haben noch eine Stunde Zeit zum Aufbauen. Digga, voll, Bruder, das war vor 10 Stunden. Platziert doch. Ey, das war der größte Fehler aller Zeiten, dass ich euch das platzieren lasse, ne? Ja, komplett. Leute, bitte platziert einfach die Blöcke, bitte. Mann, Digga, jetzt platziert die doch mal, Digga. Ich bin leer, ich bin leer, leider. Okay, ich platzier den letzten. Ey, ich bin tot. Hä, hallo, Golem, Schwanz. Hä, ich bin tot. Oh, so, ich hab keinen mehr. So, wer hat noch? Basti, du hast safe noch. Ich hab noch drei Stück. Wir brauchen aber, wir brauchen noch 10 Stück. Jetzt nochmal 9. Wer hat jetzt... Du hast noch welche, man hat doch gesehen. Wie jeder noch so einen hatte, einfach... Digga, Alter, Alter, Mann, Alter. Und ich habe noch einen? Ey, jetzt platziert das Ding. Lass ihn auskrippeln, Digga. Du hast noch einen, ich hab genau gesehen. Dann lass uns drauf einhingen, ohne Scheiß. Hallo, hallo, wir platzieren alle zusammen, okay? Alle, die jetzt so einen haben. Au, das ist cool. Drei, zwei, drei, zwei, eins, go! Los! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komm bald wieder an. Ey, nie wieder mach ich sowas. Nein! Ich hab keinen mehr, ich hab meinen platziert. Ey, wer hat den letzten, Junge? Vini. Hat den noch in der Hand? Vini! Ey, ey, zur Seite. Okay, wir müssen noch... Welcher Effekt, welcher Effekt? Stärke. Ich finde Stärke. Stärke, Stärke, Stärke. Ja, Stärke. Stärke oder Speed, weil wir schnell waren. Eins von beiden. Stärke. Stärke, Stärke. Stärke für unsere Wildsgott. Oh mein Gott! Never End Begins 2023! Shit, wir haben's! Ist das krank. Es ist so krank! Egal! Er steht einfach da! Er steht einfach da! Er ist einfach da bei der Fresse! Oh mein Gott! Ey, komm! Screenshot hier vorne! Guckt ihn euch an! Guckt ihn euch an! Guckt ihn euch an! Screeeeen! Kommt her! Aufstellen! 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 Schnell fest! Hä? Wer ist er? Kommt der mit aufs Screen? Schieg mal weg, die Schwarznasse! Geh mal weg! Geh mal weg! Stegi! Stegi! Der Arme! Der Arme! Ey! Hallo! Was ist denn hier oben drauf? Was ist denn hier oben drauf? Nein, komm mal auf die zweite Ebene! Wer bist du denn? Geh mal weg jetzt! Heiko, geh mal. Du bist du! Hau ab! Oh mein Gott! Hier oben ist doch noch Platz! Stell dich bitte neben Isa! Schillt euch Nebel! Jungen! Ey, was? Mann! Veto! Oh mein Gott! Einfach Klassenfahrt! Einfach Klassenfahrt! Kevin, geh noch ein Stück nach rechts! Kevin, geh noch ein Stück nach links! So! Perfekt! Nicht sneaken! Perfekt! Das ist es! Das ist der Screenshot! Jawoll! Ja! Ja! Ja!